Und das gewinnige Team ist Hohler & Dune Architektur. Strahlende Sieger in Istanbul. Der Audi Urban Future Award 2012 geht an das amerikanische Architekturbüro Hohler & Dune. Es ist gut ausgegangen. Wir sind müde und erleichtert und sehr, sehr glücklich. The New American Dream, so heißt das Konzept der Architekten für die mobile Zukunft der Metropolregion Boston, Washington. Zentrale Idee, der Shareway, eine gemeinsame Plattform für den individuellen und öffentlichen Verkehr. Hauptschlagader für die mobile Zukunft der dicht besiedelten Region an der Ostküste der USA. Wir möchten gerne mit dem Gewinner ein City-Dosier entwickeln, das heißt eine Art Blaupause für die Themenstellungen, die eigentlich alle fünf Adressaten heute auch auf den Tisch gelegt haben. Neben dem Sieger gingen vier internationale Architekturbüros ins Rennen mit ihren eigenen Visionen für die Mobilität der Zukunft. Hauptthemen, nahtlose Übergänge zwischen verschiedenen Verkehrsmitteln und der Einfluss von Social Media. Wir müssen neue Wege finden, Platz sowie Fahrzeuge zu teilen. Die Grundidee des Gewinnerkonzepts passt sich verschiedenen Situationen an und benutzt vor allem bereits vorhandenen Raum. Es ist keine absolut neue, einzigartige Idee, aber sie bietet eine ungewöhnlich eindeutige und handfeste Lösung. Das Gewinnerbüro des Audi Urban Future Awards freut sich über 100.000 Euro Preisgeld und über den Startschuss zur Umsetzung ihrer Vision der Stadt von morgen.